hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von vanilla meinschaft zum glück habt gerade das gespräch zwischen uns in der pause gehört das ist wieder mal typisch wir ja sie wollte aufhören ich habe gesagt nicht mehr machen war doch ich will den hundern er will er will ja ich bin im wesen das bier eigentlich tiger hills welche koordinaten minus 5568 479 und minus 19 fallig minus 19 das hat schon noch nicht gehabt ja super jetzt habe ich dort stehen richtig gutes gefühl was hunde ein kacke verdammt was denn aber noch das ist die kacke verdammt sondern katja verdammt das ist theoretisch gibt es dann im tannwald immer so was eigentlich ja dieorie und praxis richtig 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 das einzige wasser ist ein schwein und höhner wir müssen ein größeres gebiet abdecken hat man für uns bloß knochen da gehabt ich hab da knochen wohin wie vorhin noch so in den letzten folgen hallo das ist auch schon wieder eine stunde her eigentlich schon gott eigentlich schon länger äh minus 19 meinst du na gut jetzt bin ich minus plus 120 du sollst warten aber wieso denn ich will nach unten ausschau halten warum solchen oh gott oh gott ich sehe sie immer noch giftig oh gott wenn die o gott das ist der heilige wasserstander da wasserträger ich sehe den namen sondern urgott von league of legends ja nächstbar ich glaube diese bestofgaming hat erst recht gelegt wir klingen wir die altes 50 jahre weiter an das airport ist das ist dem heulen du bist schuld gewissen ich wir erst mal mit treffen und die 20 millionen daneben schlagen haben wir was juhu wo bist du ich hab drei juhu geil Hä? Bin ich blind? Ich hab deinen Namen grad gesehen. Ich seh Wüster. Was? Ich seh Wüster. Ach dort bist du. Falsche Richtung. Also ich seh deinen Namen. Da? Hä? Na kommst du her? Hallo? Palm Palm. Was machst du dort unten? Abstürzen. Da? Da? Ich will es. Du hast Hundis. Na komm doch mal mit. Hier unten ist noch ein wilder... Ach da. Der macht aber nichts. Da musst du mehrmals machen. Wie bei... Wie bei... Ja Thorsten. Und... Irgendwo hab ich noch... Ich hab eigentlich noch zwei gesehen gehabt. Oh mein Gott. Das... Letzte Folge für diese Aufnahme. Alter. Wo ist mein Hund? Eigentlich hab ich noch mehr gesehen gehabt. Na da kommt... Na da sitzt die oben. Die musst du anklicken. Damit er dir folgt. Jetzt. So. Also ab nach Hause. Wow. Aber das machen wir... Also das mit dem Heimweg machen wir gestaffelt. Weil... Ne. Das ist jetzt echt ohne Witz die letzte Folge für heute. Bei mir reicht's jetzt auch langsam. Äh... Wir entfernen uns wieder, ne? mal... Da ist mich rum. Da ist mich rum. Wow. Wow. viele Wünsche sind da verloren gegangen. Er freut sich. Ja. Das war's jetzt noch. 14 Katzen. Und die sind richtig schwer zu zähmen. Ob es richtig wäre, ne? Klingt geil, wenn die sich schütteln. Wieso? Wieso braucht man eigentlich Weiger? Hä? Wieso? Ja, weil ich... Ich hab nämlich gerade einen gefunden hier. Wenn man... Wenn du hier F3 drücken lässt und die Koordinaten hast. Siehst du eigentlich auch das, auf was du gerade guckst. Steht auch da. Hä? Wo bist du denn noch? Hm. Ich bin bei... Ah, ich hab dich. Ja. Ach, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich hab endlich Spaß auf dem Haus. Und ich hab noch Hunger. Ich auch. Ich hab bloß noch elf Kartoffeln. Und ich hab bloß noch dreimal Fleisch. Du hast doch vor uns erst was gemacht. Ja, aber schon wieder fast alle. Was? Du bist wieder neu grillen. Aber da hast du selbst noch zwölf von mir gekriegt. Ach. Und ich hab von dem Fleisch bloß viel abgekriegt, ne? Also... Ich kann doch nichts dafür. Du bist so ein Fresshack. Ohne Witz frisst du selbst doch die Haare vom Kopf. Das ist auch so nicht, ne? Außer. Nee. Doch. Ich lass mich nie andauern von dir bevormunden. Ach, die Papa. Nee. Doch. Ich lass mich nie andauern von dir bevormunden. Oh. Halt's Maul. Hahaha. Feier machen. Kann ich noch? Warum nee? Ich hab' 100. Ich hab' 100. Ja, ich weiß. Ich hab' 3 Stück. Ja, ich weiß. Wie viel hast du? Ein. Hast du's eilig? Scheiße. Nee, eilig. Warum? Da war'n Loch. Bist du reingeflogen? Ja. Das war'n kleines Loch. Na, da geht's doch noch. Warum? Wo bist denn du? Ich dachte, du bist hinter mir. Ich bin hinter dir, aber du bist schon wieder 5 Kilometer zuvor geflitzt. Äh, 5 Kilometer geht schon mal gar nicht weiter. Da wär' ich nämlich jetzt daheim. Okay, okay. Oder so gut wie daheim. Ich bin nämlich noch bei minus 5000, Alter. Krass. Ob wir hoch zurückkommen ohne zu schwimmen? Na, ich glaub' das wird schwierig. Na, ist eigentlich schwierig bis unmöglich, oder? Ja, weil wir ja schon eine lange Wasserstrecke hatten. Oh ja. Hab' ich eigentlich meine? Hab' ich noch. Hab' ich meine oder hab' ich noch? Nee, ich wollte mal gucken, ob ich die Akatsinsatz länger noch hab' weil ich will die, die wenn wir irgendwann mal zu Hause ankommen, will ich ja noch mal gleich setzen. Das finde ich eigentlich geil, dass das Mojang endlich mal verschiedene Hals oben reingebracht hat. Also wirklich verschiedene, die plus drei Stück. Eine Dungeleiche, Birke, Akazie. Ich hab' dich überholt. Mhm. Mhm. Wie schon gesagt, jetzt fehlen nur noch Katzen, aber die zu zähmen, das dauert echt. Das ist, das ist echt ne Geduldspurbe. Ich find' das, was die denn mal dauern. Mhm. Das sei jetzt zwar nicht bösartig klingend, aber ich bin froh, wenn man aufgehört, aber wenn man fertig sie mit aufnehmen. Kopfhörer ab? Hä? Kopfhörer ab? Nee. Fenster aufwiedermachen. Achso. Lüften. Nee, weil es wird mir hier drin zu warm. Ich schräg mich zwar auf, dass mein Heizhine funktioniert, aber hier drin wird es zu warm jetzt. Mhm. So, den Rest muss man per Boot zurücklegen. Ach, ich wüsste vorher, auf dem Wasser brauchen wir ja kein Essen. Nee. Zack. Guck mal, meiner freut sich. Wo ist denn deiner hin? Hast du mir auch eins gemacht? Ja. Gut. Wo ist mein Bautzy? Also hier steht einer. Das ist meiner. Da ist es. Der mir gerade hinterher war, das ist meiner. No. Weil den kann ich nicht zum Sitzen verleiten. So. Auf geht's. Ab nach Hause zu Rum und Ehre. Was? Was? Difficult insgemacht für 5,8 Tag und Tag 12? Ja, ich verstehe das ohne. Hä, wir waren doch schon bei Tag 400 und? Ich bin verwirrt. Ich weiß, ich sauber auch. Das ist ja bei dir nichts Neues. Da war ein Leck. Ja, das ist komischerweise immer auf Wasser, dass da irgendwie Lecks sind. Ich hoffe, die Hunde kommen wirklich hier hinterher. Da war noch ein Leck. Boah, ja. Das war Tokio. Oh, oh. Ich weiß, dass das was war. Festland. Äh. Yo. Okay, so. Was? Ich weiß, was? Ich weiß, was sei denn? Ich weiß, was weiß. ok also war doch zu fuß die wunde das ist das was ich befürchtet auf diesen weg ja das ist das was ich befürchtet was den hinterher kommen ich habe die idee scheiße müssen wir machen mit das machen wir definitiv aufleiten wenn wir noch auf die andere richtung gehen wegen den anderen hunden immer noch gefunden haben war mir schon das ist noch hier ist was warte mal ich guck gerade rein nee na dann jetzt können wir irgendwie zum klick reden dass die hunde die dabei sind ja das ist das was mich ein bisschen nervt dass die hinterher kommen kotzt mich ja schon eine spur an ja ja aber das muss jetzt dabei ist aber mal gutter ausgleich dass das bleich da weil immer was machen kann ich glaube das ist aber normal bei tempeln nimm mal die platte weg meiner 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 also ja habe ich mitgenommen ich muss auch mal warten nach was noch so dann jetzt den zankt aus mein fernsehen wollte kommt wieder ausgehen so wenn ich gerade mal so auf meinen timer gucke was ist im endeffekt schon wieder für die folge ok wenn es denn euch gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid in dem sinne viel spaß beim gucken und dann tschüssi 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 Vielen Dank.